ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ja. Aber wir müssen immer das Ritual kopieren, ne? Ja, ich weiß nicht, was jemand das gemacht hat, aber ja. Weiß ich auch nicht. Echt, da hatte ich jetzt aber wirklich nur noch was los. Ich wusste zwar nicht, woher du das wissen sollst, aber hätte ja sein können. Das ist aber auch geil, die Prisoners einsammeln, ne? Ne, in den Standes. Hä? Ich bin schon wieder tot. Was der fuck? Oh. Ich bin ganz oben. Ja, ich bin gerade in einer Art Mini-Dungeon verreckt. Joa, Nick, irgendwas machen wir gerade falsch. Zum Beispiel, dass wir uns splitten. Wir sollten versuchen, uns gleich mal zusammen zu laufen. Das wäre eine schöne Idee. Vielleicht überleben wir dann ein bisschen. Das wäre eine gute Idee. Ja, dann versuchen wir gleich noch mal. Ich meine, es ist halt selber schuld, wenn wir beide die ganze Zeit außen rumlaufen. Wir laufen die ganze Zeit irgendwo rum. Aber nie da, wo der andere ist. Ja. Ich bin der Heiler, du bist der Damage-Dieter im Normalfall. Äh, normalerweise nicht der Tank, aber... Ja, ja, egal, aber Tank ohne Heiler ist auch kein Tank. Also meiner Meinung nach. Ich werde da bloß erstmal jetzt gleich hier, äh, die Mitte clearn. Wo ich gerade halb bei bin, wenn ich jetzt gerade nicht sterbe. Wo ich gerade halb bei bin, wenn ich jetzt gerade nicht sterbe. Ach so, dann hat jeder eigene, weil ich habe hier noch ganz viele rumsitzen. Und ich werde hier damit angesprochen. Und ich werde eingefroren. Und jetzt sind sie tot. Und unten links. Ja, rechts. Wie war das gerade noch mal? Ich habe jetzt lieber zu sagen, dann verrägt mich nicht so schnell. Hä? Hä? Ja. Ähm, Nick? Ja. Ich bin mal ganz gut auf K. Ich bin mal ganz gut auf K. Ich will safe mich. Ich geh in den Shop rein. Und jetzt? Ja. Ich bin mal ganz gut auf K. Ja. Ich bin mal ganz gut auf K. Ja. Ich bin mal ganz gut auf K. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Boah, das ist gerade Troll weg, jetzt muss ich mich noch selbst unterhalten hier. Da hab ich wieder hinter mir. Ja, der gewonnen hat jetzt. Hallo Nick. Hallo. Wo bist du? Ja. Warte, vielleicht kommt noch was an. Wollen wir in den Job gehen? Nein. Dann gut. Aber jetzt sind sie gerade noch Gegner, die sich töten hier. Ja, die spawnen nach dem Job, wollen wir wieder neue. Ja, aber der Boss ist das Charakter. Du bist jetzt einfach in den Job rein. Ja. Ich hab gerade gesagt, nein, weil ich war vielleicht noch ein mystischen Gegenstand, Tato, Idiot. Hä, ich hab ja dann das Boss. Hilfe, ich war von den Totenkrotz gejagt. Ganz ehrlich, dass ich mich einmal zuhören kann. Ich sage dir, nein, weil ich da noch was einsammeln möchte. Mach's, du gehst rein. Ich hab wahrscheinlich nicht mehr noch ein paar Gegner töten, das kann bei mir an. Go ahead, look around. Soll, jetzt kannst du da drin noch nicht mal alles fertig machen, danke. Hä, mach mal jetzt so viel Blut. Ich hab gerade so komisch das Blut in meinem Blut zum Brummen. Ich hab gerade so viel Blut in meinem Blut in meinem Blut in meinem Blut in meinem Blut. Ich hab da noch eine gute Pause, oder? Nö. Entschuldigung. Muss ich auch, ich vermute, ich muss die alle selber sammeln. Und wie du hast denn jetzt bei dir schon? 14. Von 15, oder? Ja. Da muss ich nicht damit halt noch einen Fehler relativ fix einzufinden, oder? Also, bei mir lebst du noch. Bei mir im Chat steht, dass du tot bist. Ja, ich bin sofort gestoppt. Mir ist ein Blitz eingestanden, da kam ich wieder. Oh, ich glaub das war dieses Totenkreuz, was ich hatte. Oh, ich mag gerade diese Altarbeschwörung. Da kam gerade heraus von wo die ist. Tänke aus. Da kam gerade aus. Ach. Da kam gerade wieder auf. Oh, ich hab den St Khalen. Okay, ich hab die Zeit, aber ich hab die Zeit, wir haben. 競幅, wie ich meine Zeit. Sof, ich hab die Zeit. pounds. Was ich nicht immer so? Ich habe die Zeit. Was ich auf einmal? Ich habe die Zeit? Ich habe die Zeit, dass ich nicht immer wieder draußen. Sof, ich habe hier ihr, wenn ich aber nicht früher. Und jetzt die Frage, wollen wir noch in den Job gehen, oder? Nein Jetzt weiß ich erst mal auf diesen dummen Quessen ab, bis ich eigentlich auch gekommen bin Rückfest fertig, und hier erst mal diese Ritualquessen abgeben, nicht vergessen Oh, noch de facto lol, da ist Hätt ich auch gerne Weil wir machen jetzt einfach nen Boss falsch, und ich hab kein Artefakt Na, wollen wir in den Job gehen, dann kannst du dir noch eins kaufen Nee, egal Ja, dann kannst du dir auch passend für Bonusser noch wie immer holen, deswegen meine ich jetzt nen Job, weil Nee, ich krieg den auch so glatt Nee, mir geht's in den Punkt, weil Shops gibt's nicht auch wieder in jeder Welt, deswegen Weil wir könnten danach den Boss auch noch machen, nachdem wir nen Job waren Was gibt's bei mir eigentlich gerade tolles? Hä? 100 Kilo hat Wobbit, wat? Ja, 80 Rüstung Nein, als Artefakt oder was? Noo Ist doch nice Noll, du hast mehr Rüstung, mehr Swell, mehr Energie, mehr Stamina als ich Und auch höher als Item Level als ich Und auch höher als Item Level als ich Ja Ne, bevor ich mich auch schon anschaue, guck ich eigentlich jetzt nur aufs Item Level Und weiter sofort wegschmeißen Na, vermut man, dass du ein hohes hast, weil du wahrscheinlich mit den Leuten nur an 15 Jahren gespielt hast Und die waren halt übertrieben krass drauf Ja, geht Na, geht Weißt du, die meisten Sachen, die ich gefunden habe, habe ich eigentlich alle weggeworfen Die Sachen, die ich jetzt habe, die habe ich eigentlich alle davor gesammelt Aber der Vorteil war halt auch, wir waren halt nicht nur auf Nightmare drin, sondern auch auf Hell und sowas Und da gibt's natürlich auch nochmal eigentlich höhere Item Stufen Ist ja klar, ist ja auch schwerer Ist ja klar, ist ja auch schwerer Ist ja klar, ist ja auch schwerer Aber so viel schwerer war es gar nicht Auf meiner Stufe jetzt, würde ich auf Hell, glaub ich, auch was reißen Aber ich muss meine Wundermoff, den ist doch ordentlich bestücken Da hab ich so viel Scheiße drin Ah, hier irgendwo ist die Quest Wir sollen einfach Pilze finden Wow Oh lol, du, ähm, jetzt die Quest arbeitet zusammen Und du was findest übrigens auch, pass Ich bekomm aber die Belohnung dafür, wenn wir die abschließen, deswegen Oh lol, NEIN Oh lol, ich hatte das beste Item von allen gefunden Ähm, ich hatte das Kleeblatt Das Kleeblatt sollte dafür, dass ich von jeder Portion, die ich so finden kann Kenn ich schon, ich weiß Nur den positiven Effekt hat, voll geil Das ist eigentlich das Beste, Alter, was du so finden kannst Okay, ich kenne das andere, ich kenne zwei Art von den Kleeblatt noch, ich kenne die andere Art noch Die andere Art ist, alle deine negativen Effekte werden positiv umgekehrt Da hinten sind noch ganz viele, äh, Moschulums Äh, jetzt nochmal ganz kurz hier, äh So bisschen beschissen ist es, weil du denn ein anderer Quest noch hast, dass die halt, äh, Havalea durch angezeigt werden Jaa, und diese Purs sind das nerven sowieso, weil die Quest ist ja schon fertig Jaa Und danach machen wir gleich eben den Boss Oder wollen wir erst einen Job Was? Oder wollen wir danach einen Job, weil hier schon wieder gespawnt Mh, boah Jau, keep a life Ich hab den Angel, in der Sterbe hätte ich wiederbelebt Ach, schau Also machen wir jetzt den Boss oder den Job? Also ich wäre für einen Job, weil da gibt es nochmal einen Artefakt Mein Boss gibt es zwar auch eins, aber dann haben wir halt zwei ja dann, verstehst du? Ja, den Boss können wir jetzt aber... Wir können ja nur eins haben, ich hab keinen Schuss Hier dabei Oh, gut Geh deine Zeit Ich bin immer öfter Ich bin immer öfter Ich bin immer öfter Oh, das ist ja die Sägebehandlung, das ist cool Oh nein, ich bin reingegangen, hab das Geld auch nicht mehr eingezammelt, dass er getoppt ist Also ich hab gelockt Halt N lovely, muss man mal was testen Warte Wie kommt das? Siehst du, dass die Schaden kriegen? Eh, nö Auf jeden Fall, die sind ja jetzt alle gestorben Ich habe so ein Relikt, was ähm Bisschen aua macht Ich bin tot, juhu F*** War nur nicht zu verrecken, weil ich bin auch tot Ja, das ist mir klar Deswegen, ja, oh f*** Weil ich bin gerade fast verrückt Da sind da viele Viecher Geht, einfach immer weiterlatschen, da bin ich Da liegt halt so ein 2 Millionen Asteroid Die Säure ist halt so ein bisschen problematisch, weil die macht übertriebene Damage und die ganzen Blitze da Deswegen einfach erstmal meine Heilfähigkeiten alle benutzen Und dann warten Deswegen das meiste, was bei mir Schaden macht, sind meine Passivfähigkeiten Oh, mystische Oh, warte mal Du musst jetzt schauen, jetzt müßt ich Die ist übelst gut Requestet das Level 116 Oh, f*** ich noch ein Spiel Äh, nie spiel Übelst die geile Waffe gerade gefunden, ne Die ist übelst gut, ja Problem an der ganzen Geschichte ist Level 126 Requested Eine Frage, wie viel Schaden macht die? 49.000 49.000 Also ich sag mal so, meine ist, meine Requested, warte Level 80 und macht, wie war es nochmal, 68.880 Schaden Was? Ja Weil jetzt hier jemand macht 17.000, das legen Und dann brauchen wir auch Level 50 Was? Man, jetzt hier braucht Level 50 Und äh, das Ding ist hier Request Level Level 50 und macht gerade noch 19.000 No, deswegen Ich hab, äh, ich hab recht Glück gehabt So, ab geht's, ne? Ja Oder dieser Patrick hat mich schon wieder angestimmt, Alter Können wir den endlich rausschmeißen? Ja, kick ihn doch einfach Nee Er könnte sich aber verarschen machen, wenn ich den Kicker Warte, komm zu mir So, bleib einfach in dem Kreis stehen Wenn du doch Low werden sollst, sagst du Wenn du schon denkst Ist sicher voll Wenn du schon denkst, ist sicher voll Der Schild ist ehrlich, ich bin permanent von vorne Kannst du deinen Kreis nach oben verlagern? Oder Kannst du deinen Kreis nach oben verlagern? Ich mach irgendwie gefühlt kaum Damage Ja, ich mach aber auch kaum Schaden Ich mach kaum 100.000 pro Hit Ich mach kaum 100.000 pro Hit Hey, ich mach 11.000 pro Hit grad mal wahr Oh fuck, ich denk du bist durch Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Das war's für die Freunde Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao